Hey, hallo! Nehmt das jetzt auf? Gucken wir mal. Erzählt hier im Augenblick gerade ein paar Sekunden, aber das Bild bewegt sich hier gerade noch nicht flüssig. Ich hoffe, dass das natürlich bei der Übertragung ins Internet ein bisschen besser funktioniert. Das scheint hier im Augenblick gerade noch ein klein bisschen zu haken. Ich bin in Herzberg am Harz, der sonnigen Südharzmetropole und Esperanto-Urbo. Hier haben wir ein großes Herz für Europa. Aus dem Grund veranstalte ich hier einen kleinen privaten Spaziergang auch zum Event Pulse of Europe auf dem Marktplatz in Herzberg am Harz. Und zwar finde ich das total wichtig, weil wir gerade eine Zeit erleben mit dem Brexit. Da wird mir ein Stück meines Europas und meiner Freiheit geklaut durch einen meiner Ansicht nach mangelhaft oder ungenügend durchgeführten Volksentscheid, weil der Herr Cameron hat damals sein politisches Schicksal vom Ausgang des Entscheids abhängig gemacht. Und man hat gesehen, dort im Vereinigten Königreich, in den Teilen, die nicht dazu gehören, Wales und Schottland, wo er halt nichts oder weniger zu sagen hat und seine verfehlte Innenpolitik nicht zum Tragen gekommen ist, da waren die Menschen für einen Verbleib in der Europäischen Union. Und ich bin dafür, dass das gesamte Königreich in der Europäischen Union verbleibt, weil bei der Abstimmung es zu Fehlern gekommen ist. Denn die Leute wollten nur den Cameron und seine verfehlte Politik loswerden. In Wirklichkeit wollten die Leute nicht aus der EU raus, würde man das mit einer Statistik nachmessen und sich dann überlegen, wenn man Daten so erhebt, dann würde man zu dem Schluss kommen, dass die Statistik fehlerhaft ist und dieses Wahlergebnis ist fehlerhaft, weil Menschen einfach nur gegen Cameron, aber nicht gegen die Europäische Union waren und die überhaupt gar nicht verlassen wollten. Nichtsdestotrotz, auch ansonsten brennt es an allen Ecken und Enden. Deswegen finde ich es total wichtig, dass wir für unsere Freiheit, die wir durch die Europäische Union erworben haben, die Reisefreiheit, einfach tolles Geld und mal Flagge zeigen und auf die Straße gehen. Und deswegen mache ich hier einen Spaziergang auf dem Marktplatz in Herzberg am Harz, weil hier gibt es eine zusätzliche Webcam von der Stadt selber. Da kann man halt einen Blick auf den Marktplatz werfen. Und ich baue hier jetzt mal mein Zeug auf, weil ich nämlich gucken muss, dass ich mein Handy für den Livestream so einrichte, dass man da auch sieht, wie man hier, oder wie ich hier ehrlich gesagt, rumläuft, umschalten. Oh je, jetzt bauen wir das mal auf und stellen das so hin, dass das hoffentlich gut funktioniert. Ein schöner Bildausschnitt zu sehen ist, denn ich möchte, dass die auch einigermaßen gerade haben. So, jetzt geht's los. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Ich wünsche allen Europäern ein super Jahr. Ich wünsche Europa alles Gute und wir wollen lieber zusammenwachsen und uns nicht voneinander entfernen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.